Computerkumpel.de Mahlzeit, herzlich willkommen auf Computerkumpel.de Ich zeige euch heute ganz schnell in zwei Minuten, wie ihr eine Ordnerfreigabe erstellen könnt. Nächste Woche gibt es ein Video, wie ihr da ohne Passwort im eigenen Netzwerk drauf zugreifen könnt. Aber jetzt erstmal die Freigabe. Ihr seht, ich habe hier schon einen kleinen Ordner angelegt. Da ist nichts drin, aber das ist ja erstmal egal. Da können wir nachher Daten reintun und dann kann man aus dem Netzwerk auf diesen Ordner zugreifen. Und damit das geht, machen wir da auf den Ordner einfach einen Rechtsklick drauf und klicken ganz unten einfach auf Eigenschaften. Und jetzt gibt es hier diesen kleinen Reiter, da steht Freigabe. Und dann wird hier angegeben, nicht freigegeben, steht hier. Also klicken wir auf Freigabe und jetzt können wir hier einen Benutzer hinzufügen. Ihr seht, ich bin schon drin, Crazy Home. So reißt mein Rechner oder mein Hauptbenutzer, der darf darauf zugreifen. Und wenn wir jetzt einen neuen machen wollen, könnten wir jetzt hier unten oder aus dieser Liste hier uns Daten auswählen, Namen auswählen, die schon registriert sind an diesem Rechner. Aber wir nehmen einfach mal jeder, damit jeder darauf zugreifen kann. So, das haben wir auch. Und jetzt können wir hier noch sagen, Lesen, Schreibzugriff. Wir machen mal nur Lesezugriff. Und sagen dann hier noch Freigabe. So, und das war es schon. Jetzt steht da, der Ordner wurde freigegeben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ruft mich einfach an. Ruft mich an, Quatsch. Schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne beim Computerkumpel anrufen, das ist auch kein Problem. Die Nummer steht auf der Seite drauf. Aber schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like da, Daumen nach oben, von mir aus auch gerne ein Abo. Da freue ich mich noch doppelt um dreifach. Und damit ich es nicht vergesse, hier unten wird angezeigt, wie ihr denn diesen Pfad oder diesen Ordner bei euch im Netzwerk finden könntet. Bei mir ist es jetzt dieser Pfad hier. Und bei euch würde dann da was anderes stehen. Aber das war es. Ich bin raus. Tschüss, sagt euer Computerkumpel. Bye.